Das Riesen-Update in Färben oder Sterben ist endlich da. Wir schauen uns das Update gemeinsam an und versuchen zu entkommen. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Färben oder Sterben. Meine allerliebsten Leute, dieses Spiel hat ein Update. Dieses Spiel ist aktuell extrem beliebt und ich muss auch sagen, dass mir dieses Spiel aktuell extrem gefällt. So viel extrem in ein paar Sätzen. Richtig gut auf jeden Fall. Es sieht alles ein bisschen anders aus. So, wir können jetzt hierher gehen und es ist so, dass wir den roten Eimer nehmen müssen. Aber die Map scheint wohl ein bisschen anders zu sein und es gibt ein paar Sachen, die noch anders sind. Wir haben zum Beispiel hier links auf Einheiten, haben wir zum Beispiel hier die Möglichkeit, dass wir hier irgendwas nehmen. Ich glaube, es gibt Pets oder sowas und es gibt eben hier dieses Chapter 2 Leute. Dafür müssen wir aber zuerst Chapter 1 beenden Leute und das machen wir jetzt mal. Ich habe so ein leichtes Feeling, dass die Map auch hier irgendwie anders ist oder? Ne, die ist hier nicht anders. Die Map ist hier glaube ich dieselbe. Das müsste die gleiche sein. Oh Leute, guckt mal, die Map ist anders. Das ist hier jetzt bei der roten Tür. Oh, 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 das ist ja der Abgrund des Teufels hier. Da will ich aber nicht runterfallen, ey. Okay, hier haben wir Metall. Also es ist anders. Hier gibt es noch eine Tür. Oh, okay, da ist ziemlich viel anders, Leute. Achso, ne, warte mal, hier. Hä? Bin ich wieder an derselben Stelle rausgekommen? Ah, okay. Das führt also quasi wieder zurück. Okay, alright, alright. Hab verstanden. Also, die Map ist auch anders oder die einzelnen Elemente sind auch anders. Das heißt, wir werden mal gucken gehen. Ich habe jetzt auch orange. Wir gucken jetzt mal. Ich glaube, ich habe nämlich gerade was übersehen. Und zwar müsste es eigentlich beim Spawn noch einen Pinsel geben. Wir brauchen ja 13 Stück. Warte mal, was ist hier hinten? Hier ist so ein Durchgang. Jawohl, hier ist auch einer. Denn am Spawn gab es eigentlich auch so, ja, einen Raum, wo ein Pinsel drin war. Aber gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt auch so ist. Ne, okay. Hier war nämlich der Spawn. Dann müsste man hier entlang gehen. Doch, hier. Hier, 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 hier. Hier ist noch ein Pinsel. Also, jawohl, okay, nice. Jetzt haben wir schon mal vier Stück. Das ist gut. Brauchen jetzt nur noch die orange Tür. Und dann, dann geht es richtig rund. Oder vielleicht auch nicht. Äh, maybe vielleicht nicht. So, hier ist rot, aber gelb. Hm. Wo war die Oranie? Wo war bitte Oranie? Ich weiß es nicht mehr. Da ist noch ein Pinsel. Da liegt einfach random am Boden rum. Das ist auch nice. So, hier haben wir nichts. Oh, oh. Ui, 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 ui. Das war knapp. Ich dachte gerade, das wäre eine gelbe Wand gewesen und keine Orangen. Oh, oh, oh. Bleib ganz chillig, Kumpel. Du musst nicht sauer werden. Alles ist gut, solange du wild bist. Oder so. Irgendwie. Wo ist denn jetzt die orangenen Tür? Oranie. Oh, warte mal hier. Hier können wir auch noch hoch. So. Äh, genau. Hier gibt es nämlich auch noch einen. Okay, what the heck. Zieh mich halbfertig. What the heck? Aber was war diese Zeichnung? Egal. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So lila. Ich finde orange nicht. Das gibt es doch gar nicht. Bitteschön. Wie? Wieso finde ich orange nicht? Oh, oh. Oh, oh. Leave me alone. Leave me alone. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Gelb, gelb, gelb. Wo ist orange? Das gibt es nicht. Da war rot. Da war rot. Dann gehen wir da rein. So, hier kriegt er uns nicht. Oh, hier ist noch ein Pinselchen. Oh, nice. Okay, jetzt habe ich sieben. Ah, hier ist orange. Mein Gott. Etwa hier lang. Oh, 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 oh. Ich gehe da rein. Hier kann er nämlich nicht rein. Das ist Trick 17. Bist du dann auch mal weg? Dankeschön. Eieiei, der ist aber ziemlich hartnäckig, der tut. So, warte mal. Gelb. War, wir laufen hier durch. Sicher ist sicher. So. Oh. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. So, hier. Rein, 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 rein. Oh Gott, meine Güte. Oh ja, das sieht auch anders aus hier. Coole Sache. So, gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal, was hier ist. Bitte. Ach, du heilige Mutter. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ziemlich strange. Boah, irgendwie tut das ein bisschen im Kopf weh. Also, wirklich jetzt. Also, das tut echt ein bisschen. Das schmerzt ein bisschen im Hirn. Warte mal. Da hoch und da hoch vielleicht. So. Genau, dann müssen wir da hoch. So, das heißt, wir gehen hier so hin. So. Alright. So. Ich weiß halt überhaupt gar nicht, wo ich hin muss an sich. Ich glaube, hier hin. Das sieht, das sieht nach dem Ziel aus. Damn. Das gibt's nicht, ey. Ist doch in Ordnung, ne? Ich bin schon fast oben. Dann entscheidet er sich, dass er runterfällt. Du bist wirklich der Aller, Allerechte. Der Allerechte. Ich sollte mich ein bisschen mehr konzentraten, maybe. So, wir gehen jetzt den Weg nochmal hoch. Also, erstmal hier. Ähm, da so. So, dann hier. So, dann da. Dann hier rüber. Da hoch. Hm, da hin. Da rüber. Zack, hier hochgesprungen. Oh Gott, das war wieder, das war wieder immens knapp. So, hier hin. Dann da wieder ans Eck. Wunderbar. Wunderbärchen, mein Freund. Dann hier rüber. So. Yes, Sir. Ist hier irgendein Vieh mit mir drin? Bitte wie? So, und jetzt. Ganz auf entspannt. Ganz auf entspannt. So. Sehr entspannend. Oh mein Gott, ich muss da später wieder hoch. Für den Schlüssel. Really, Bro? Oh no. Das ist doch nicht dein Ernst. So, jetzt geht die wunderbare Suche nach der grünen Farbe los. Toll, 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 toll. Die wunderbare Suche nach der grünen Farbe. Sichere Zone. Da bin ich falsch. Okay, da ist Pink. Wo ist denn grün? Oh man, grün. Grün vergesse ich immer. Ich vergesse immer. Ah, da. Nice, nice, nice. Okay. Gut, 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 gut. Färben, färben, färben. So, dann brauchen wir Hemmerly und Petrol. Und Hemmerly war, wo war der? Oh man, wo war der? Ich kann jetzt die Tür zum Petrol öffnen. Das ist schön. Ich weiß aber gerade nicht, wo das war. Mist. Oh no, 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 no. Huch. Huch, huch. So, Petrol. Und wir haben einen Hammer. Das heißt, wir müssen. Oh man, ey, ich hab's schon wieder vergessen. Das war, glaub ich, die erste Tür, ne? Die rote Tür müsste das gewesen sein. Ich glaub, das war die rote Tür. So, warte mal. Hier, was war hier? Ne, das war das Ding. Okay, verstecken wir uns hier mal. Da kann er nicht reinkommen. Hier lang. Ich glaube, in die Richtung war es, oder? War das? Ja, hier war das. Ich hab doch jetzt einen Hammer, oder? Ey, hab ich nicht einen Hammer? Ah, Mann, ey, da hinten ist es. Aber ich hab doch eigentlich den Hammer. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber gut, egal. Egal. Es ist ja immerhin gut, dass man nicht komplett neu anfangen muss, wenn man hier zum Beispiel diesen Parcours hier nicht schafft. So, Metall. Jawohl. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben... Ah ja, okay. Aber ich hab doch trotzdem den Hammer aufgesammelt. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich hab doch trotzdem den Hammer aufgesammelt. Na gut, okay. Wir werden schon sehen, was es damit auf sich hat. Wir werden es gleich rausfinden. So, wir müssen jetzt zurück zum... Zum Rätsel. Das war... Oh mein Gott, ey. Also langsam kenne ich mich besser aus, aber trotzdem... Ich hab so den Eindruck, diese Map... Man tut sich extrem schwer, die irgendwie auswendig zu lernen. Oh oh. Hilfe, 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 Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Du musst etwas da draußen geben, das helfen kann. Naja gut, also das hab ich ja eigentlich eingesammelt. Aber ich vermute, weil ich die Dinger hier in der Hand hab, geht das nicht. So, und ich hab auch keine Farbe. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr wie tot, wenn er mich jetzt hier kriegt, weil ich mich nirgends verstecken kann. Ah, hier. Okay, nice. Heureka. Okay, gut. So, blaue Wände. Das ist gut. Ich hatte doch den Hammer eingesammelt. Oder hab ich so komplett falsch geguckt, dass es nicht der Hammer war? I don't know. Ich weiß es nicht. Aber gut, ist auch egal, Leute. Wir werden trotzdem siegen und wir werden gewinnen. So, ich suche jetzt die blaue Tür. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da ist blau, 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 blau. Nice, nice, nice. Okay, okay, okay. Okay, gut. So, was haben wir hier? Die Säge. Okay. Willst du etwas Holz schneiden? Ja, ich möchte gerne Holz schneiden. Aber ich würde mich auch ganz gerne verstecken. Was ich nicht kann, weil ich keine Farbe mehr in der Hand hab, was ziemlich schlecht ist. Weil das bedeutet, dass ich sterbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat mich. Oder? Hat er mich? Nee. Hat er mich. Bleibst du bitte? Oh Gott. Oh Gott, der kommt. Schnell da rein. Huch. Ich versteck mich. Rotox, grinst nicht immer so. Versteck dich lieber. Kann übrigens auch sehen, wo er hingelaufen ist. Anhand der Fußspuren. Das ist Trick 17. Kann man auch machen. So, warte mal. Ich brauche die Holzbretter. Wo sind die vermalen Deiten Holzbretter, bitte? Oh Mann, ey. Ich hab so eine Waschbärorientierung. Es ist unbelievable. Da war pink. Da war ich gerade. War das nicht irgendwo hier? War das nicht irgendwo? Nee. War das? Nee. Das ist... Da war die blaue Tür. Das war doch irgendwo hier, oder? Oder nicht? Äh. Nee, da ist auch pink. Boah, ich darf mich nicht erwischen lassen von ihm. Nein, da war es auch nicht. Oh Mann, Jesus Christ im Himmel. Ich find's nicht. Ah, endlich. Oh, Jesus im Himmel. So, okay. Ich hab's gefunden. Nice. Okay, das ist auch neu. Oh Gott. Da unten ist Lava. Oder irgendeine rote Farbrühe. Ich weiß es nicht. Irgendwas auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es nicht gut. Und jawohl. Was haben wir jetzt? Zack und zack und zack. Du brennst. Wieso brenne ich? Bitte? Wieso? Wieso? Wieso brenne ich? Was soll das denn? So, ich hab jetzt lila und ich hab ein Brett. Lila und ein Brett. Das ist gut. Oder möglicherweise auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Wir müssen da nach oben gehen. Das war auf jeden Fall irgendwo auf der Seite hier hinten. Das weiß ich. Irgendwo da, wo blau ist. So viel Orientierung müsste ich eigentlich noch besitzen. Ne, scheinbar nicht. Scheinbar besitze ich gar keine Orientierung mehr. Grüezi. Oh, hier. I bims. Oh, hier. Guck mal, lila. Okay. Können wir auch so machen dann. Ah, so. Ach so. Ne, warte mal. Ich hab Käse erzählt. Hier hoch. Oh, Jesus. Im Himmel. Warum hat hier jemand Graffiti hingesprüht? Ich hab mich getäuscht. Der Übergang ist ja hier. Okay. So. Ich leg das hin. Ja, und was? Ach, jetzt haben wir den Hammer. Hm, lol. Okay. Gut. Gut, gut. Dann wieder zurück zum Anfang. So. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr verstecken. Aber was hab ich dann davorhin eingesammelt? Ich dachte wirklich, felsenfest. Das wäre eigentlich der Hammer. Aber gut, egal. So, rosa Wände, rosa Wände waren, ja, ich hab's vergessen. Wo war die rosa Wand? Ich weiß es heute nicht mehr. Wo war die rosa Wand? Mein Gehirn ist heute so leer. Oh, pink meine ich nicht, rosa. Pink. Dankeschön. Okay, nice. Wir haben den Schlüssel. So, jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Und ich muss, ich muss in den Zweitürer rein. So, die Frage ist, oh, oh, oh. Die Frage ist, wo ist der Zweitürer? Das wird jetzt wieder eine elendig lange Suche nach dieser Tür. Das ist nicht gut. Oh, oh. Oh, no, 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 no. Leave me alone, please. Don't, don't hurt me, please. I don't like it if you hurt me, please. No, don't hurt me, please. So, warte, das war das Rätselding da. Ah, Mann, das war ziemlich am Anfang, ne? Das war, meine ich, ziemlich am Anfang. Da rein vielleicht, hier lang. Und, ja, ich versteck mich mal hier. So, Tablet Kasper. Tablet Kasper, weißt du, wo es hingeht? So, warte mal, war das hier? War das hier? Ne, das war, ne, 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 das war, das war, ach, ne, ich rede ja so einen Quatsch, ey. Das war ja die Passage, wo es so eklig hochging. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. All right. So, noch einmal. Noch einmal. Ah, ja, Tablet Kasper ist auch hier. Der wusste also, wo es lang geht. Das ist gut. So, zack, hier hoch. Aber ich weiß auch, wo es lang geht. Das ist hier nämlich gar nicht so schwer. So, einmal hier hoch, einmal da rüber und da und da. Hier sind nur so ganz komische Sounds. Die geben mir ganz, ganz komische Vibes. Voll, und einmal hier rüber. Zack, die Bohne. Yes. Okay. Gut, dann einmal hier hoch. Zack. Oh, Mann, ey. Das war nicht gut. Ei, 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 da klopft er wieder Sprüche hier. Da klopft er wieder ganz große Sprüche. Moment. Oh, Gott. Okay, okay, gut. Huch. So, Schlüsselino. Und wir kriegen die weiße Farbe. Yes. Letzter Pinsel. Beziehungsweise letzter Pinsel. Und dann müssen wir nämlich jetzt zum Ende gehen. So, das wird jetzt noch einmal knackig, weil wir jetzt natürlich wieder keine Farbe haben, der wir uns verstecken können. Das heißt, wir müssen aufpassen. Ganz gut aufpassen müssen wir. Oh, hier kommt er nicht. Nein, hier kommt er nicht. So, hier können wir nicht durchgehen. Okay, wir müssen nach vorne laufen. Genau hier entlang. Äh, nee, ich bin komplett falsch. Ich bin komplett lost, ey. Was ist los mit mir? So, hier ist jetzt frei. Okay. Rein hier. So, ich bin gespannt, was jetzt hier anders ist. Da müsste auch irgendwas anders sein. Oder? Nee, hier ist nichts anders. Okay, ist immer noch genauso gruselig wie davor. Okay, nice. Gut, Leute. Auf dem Weg zu Kapitel 2. Wenn euch das Video gefällt, Leute, dann unterstützt mich gerne kostenlos mit einem Abo. Lasst auch gerne ein Like da, das würde mich riesig, riesig freuen. So, und einmal die weiße Farbe. Und jetzt zurück zum Anfang. So. Wäre natürlich nice, wenn es hier auch irgendwie einen Monsterchase geben würde. Weiß nicht. Das wäre vielleicht zu schwer dann. Aber ich würde es feiern, wenn jetzt, wenn ich das einsammle hinter mir, irgendein Monster an mich chasen würde. Das wäre cool. Okay. Ich habe die weiße Farbe. Jetzt gilt es, sich nicht fangen zu lassen. Weil das wäre einfach ultra dumm. Oh, 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 oh. Bin ich ultra dumm? Nee, ich bin nicht ultra dumm. Ich bin ultra smart. Ich bin einfach der Aller, Allerechte. So sieht es in mich aus. Und der Aller, Allerechte lässt sich nicht fangen. Ich gehe einfach links rum. So, und wir sind so gut wie safe. Wir sind so gut wie safe. Oder? Hättest du da nicht noch einen Weg gegeben nach links? Na, egal. Egal. Ab in die Safe Zone. Ab in die Safe Zone. Und ab in den Urlaub, möchte ich sagen. So, sichere Zone, Leute. Und einmal rein ins weiße Getümmel. So, und weiß. Schieße das Spiel ab, um zu öffnen. Nice. Okay, gut. Was, oh Gott, ist das hell, ey. So, was haben wir jetzt hier? Du bist entkommen. Okay, gut. So, was haben wir denn hier jetzt? Entkomme zum Freischalten. Anspruch. Freunde, das war es für das Video. Wenn ihr wissen wollt, wie es in Kapitel 2 weitergeht, dann würde ich euch empfehlen, jetzt einen Daumen und ein Abo da zu lassen, Leute. Schallt den Daumen so krass nach oben, dass ihr von der YouTube-Page unten abbröselt, Leute. Und wir sehen uns in Kapitel 2 von Färben oder Sterben, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.